Sada Carolyn Thompson war eine US-amerikanische Schauspielerin, Leben. Thompson schloss 1949 ihr Schauspielstudium am Carnegie Institute of Technology in Pittsburgh erfolgreich ab. Es folgten Theater-Engagements auf regionalen Bühnen. Von 1954 an trat sie auch in Film- und Fernsehrollen auf. Ihr Debüt am Broadway gab sie 1955, wo sie bis Mitte der 1970er Jahre große Erfolge aufweisen. Konnte und mehrere amerikanische Theaterpreise gewann, darunter 1972 den Tony Award als beste Hauptdarstellerin. Von 1976 bis 1980 war Thompson hauptsächlich mit den Dreharbeiten für die Fernsehserie Eine amerikanische Familie beschäftigt, wo sie Kate Lawrence, die Mutter der Familie, spielte. 1978 erhielt sie einen Emmy für diese Rolle. Die Serie wurde 1979 bis 1981 in Deutschland mit großem Erfolg im ersten Programm der ARD ausgestrahlt, was Thompson auch hier bekannt machte. Neben zahlreichen Film- und Fernsehauftritten begann sie nach längerer Pause 1993 wieder am Broadway-Theater zu spielen. Wegen ihrer von vielen Menschen als angenehm und warm klingend empfundenen Stimme wurde sie in den Vereinigten Staaten häufig als Aufsprecherin bei, Dokumentarfilmen sowie für Hörbücher engagiert. Thompson war seit 1949 mit Donald Stewart verheiratet. Ihre Töchter Hillary Thompson und Victoria Thompson arbeiten ebenfalls als Schauspielerinnen. Tochter Lise Sturz ist Kostümbildnerin. Filmografie 1971 Verzweifelte Menschen 1976 zu 1980 Eine amerikanische Familie 1977 O.U.R. Town 1982 Marco Polo 1985 Love Boat 1987 Fatales Geständnis 1987 Ein gesegnetes Team 1989 Tote haben keine Namen 1989 Fierstelk der Todesstachel 1991 Cheers 1992 Queen 1995 Unter Anklage der Fall M.C. Martin 1995 Lo und Odda 1997 Söhne 1998 Der lange Weg zur Wahrheit 2000 Polo